Ach, hier waren wir schonmal, hier sind wir stehen... Ne, hier war das nicht. Oh, nein! Oh, ich bin hier rausgefahren. Nein, ich bin festgefahren! Ich muss mich hier rausziehen. Lieber ist nämlich hier die Stadt, wo man... Kannst du gleich mal eben zurückfahren? Wie? Ich bin festgefahren, ich komme hier nicht raus, ich bin festgepackt. Scheiße! Ja, musst du laufen! Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Ich dreh kurz. Vielleicht klappt das gleich noch, vielleicht klappt das gleich noch. Andere Seite. Ja, ja, nein! Was drängst du denn? Wenn du um die Kurve fährst. Wie hier so ein... Holzzaun reingefahren. Schiffe! Ja, wie zeigt mir denn den Sprit? Kann ich meinen haben. Kannst du mit mir abpumpen. Woher bist du denn? Na, mitten in der Stadt, oder? Ja... Oh, shit. Na, wo bleibt er? Ich bin nicht in der Stadt, ich bin immer irgendwie... Ich bin immer weiter rausgefahren, wie du gesagt hast. Und dann bin ich im Zaun hängen geblieben. Shit. So, wo bist du denn? Da, da, da ist er, ja. Hilfe, hier, stopp, stopp, stopp! Nein! Er fährt auch erstmal gegen Dinge. Alter, du glänzt schon mal voll bei mir rum. Nein! Ich bin auch fest. Nein! Ja, er ist raus. Nein! Das kann doch jetzt nicht sein. Ach, der bewegt sich. Er bewegt sich. Du bist bei mir voll im Boden drin. Ja, ich komm, ich komm da raus. Gut, darf ich das aufnehmen? Das sieht so geil aus. Du bist grad mit der Fahrerkabine im Boden, so gesehen. Jetzt, 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 jetzt glitscht du durch. Jetzt bist du, ja, 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 ja. Jetzt bist du, nein! Jetzt bist du auf dem Rücken. Jetzt bist du weg. Ja, wo bist du? Ja, wo bist du? Ja, wo bist du? Jetzt bist du auf dem Rücken. Jetzt bist du weg. Du bist bei mir weggeglitscht. Ja, ich weiß. Du bist jetzt doch im Boden, irgendwo. Oh nein. Scheiße, die kommen hier nicht raus. Der ist mit dem Reifen, hängt der da fest. Vielleicht jetzt gleich. Jetzt, 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 langsam. Ja, ich bin raus, ich bin draußen. Wo bist du? Wo bist du? Hallo? Nehmst du noch? Ich seh dich nicht mehr, wo ist ein Otto? Ich glitsch, ich glitsch irgendwie unter dir rum. Ich glitsch irgendwie unter dir rum. Ich glitsch irgendwie unter dir rum. Wie geil ist das denn? Ich fahr mal weg, ein Stück. Vielleicht kommst du dann wieder raus. Hä? Hä? Kannst du auch steigen? Ja, ich steck mal aus. Hä? Alter. Wo ist der? Ich kann, ich kann nicht mal mehr aussteigen, Alter. Scheiße, was ist los? Und wenn du dich auslockst? Ich weiß aber nicht, ob du dann stehst. Ja, das muss ich machen, achte. Da ist er! Nein, du bist tot! Ich bin tot. Du liegst auf dem Boden. Ich hab mich ausgelockt. Du bist tot! Du bist auf einmal wiedergekommen. Ja, weil ich mich ausgelockt hab. Du liegst aber auf dem Boden. Ich geh mal gucken, aufsteigen. Vielleicht kann ich dich ja wiederbleiben. Oh, nur 30 Sekunden. Spotlight. Exit. Da rein. Oh, no entity has no pulse and warm is touch. Scheiße! Du bist tot! Ja, super. Die ganzen Netze, alles weg. Oh, na. Soll ich deine Sachen mitnehmen? Du musst doch selber Sachen zutragen, oder nicht? Ja, aber ich kann den meisten Kram hier wegschmeißen. Ich kann deinen Rucksack zum Beispiel bei mir reintun. Ja, mach doch mal. Ja, gut. Aber ich geh jetzt auf. Ja, guck mal, halb sieben, Alter. Oh, ja. Schon wieder viel zu lange. Wie der da rumgebackt hat, ey. Ja. Du bist immer so gut wie da gewesen, ey. Dann geh ich drauf. Aber eigentlich hast du es ja verdient, weil du hast mich ja auch umgebracht grad. Das sah so lustig aus. Das hättest du aufnehmen sollen, ey. Hab ich ja. Echt? Das kommt mir in Fails. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Ja, ich guck mal, ob ich das irgendwie hinkriegen kann, dass ich dann deinen Rucksack in meinen reintun kann. Ich muss ja nicht alles aufessen. Ja, gut. Ach, wir sind drin. Guck, wo ich rauskommen. Oh, Mann. Please wait. Der Charakter was unable to be loaded and has been reset. A System Administrator has been notified. Please reconnect to continue. Ach, laber. Ach, ich muss ja nochmal reinkommen. Nochmal neu laden. Vielleicht, vielleicht dachte er ja, du hast wegen Battle Eye gesheetet oder so, weißt du? Dass du da im Bund gedischt bist oder so. Ja, genau. Battle Eye hat da irgendwie rausgefunden. Ey, das war jetzt wohl... Was ist das denn? Ey, wenn ich jetzt nicht auf den Zauber draufkomme, der ist gut, Mann. Mokba. 2.172 Kilometer. Yeah. Nach Mokba. Nach Moskau. Shit. Oh, Mann. So eine Kacke, ey. Na ja. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal einen Cut und dann... Das sah so lustig aus. Ich muss mal gucken, wo ich rauskomme. Boah, kacke, wo bin ich denn hier? Jetzt sei nicht oben hier in... Ich bin am... Wenn ich jetzt hier um die Ecke laufe, dann bin ich glaube ich beim Schiffswrack. Ach, laber. Doch. Schon wieder da hinten. Kann ich ja gut unten am Schiffswrack. Ja. Weiß aber jetzt nicht. Ich bin ausgelockt. Was mache ich hier? Erstmal meine ganzen Sachen hier. So ein Scheiß, ey. Trink alles. Dann locke ich mich auch gleich aus. Ich mag alles wieder neu machen, ey. Shit. Nur weil ich mich festgefahren habe. Ja, du bist entschuldigt. Shit. Oh Mann. Sollte man nicht machen. Ne. Langsam fahren. Ja. So sieht es aus. So sieht es aus. Ja gut. Dann hau dich mal hin. Jo. Dann bis später würde ich sagen. Jo. Ne. Hau rein, ne. Ciao. Ciao.